Also, liebe Mitglieder, wir sind für euch da, spätestens, hoffe ich, ab dem 20.04. Wir sind ja alle sehr optimistisch, oder? Und wir bereiten natürlich jetzt schon einiges vor. Bis dahin haben wir noch ein paar kleine Infos für euch, worüber ihr die aktuellen Sachen sehen könnt. Ja, vergesst bitte nicht unsere Broadcast-Riste, Tommy ist da ganz fleißig am Arbeiten. Für die, die wir nicht haben, speichert sie ein, 060 98 518462 und schreibt einfach Tommy an, schreibt Start, schreibt kurz euren Namen und dann kriegt er immer auf dem Laufenden die Updates. Genau, oder ihr könnt telefonieren mit Stefan, Montag und Mittwoch von 10 bis 15 Uhr. Ich freue mich auf euch. Oder ihr geht einfach auf den www.wardenberger-club.de, schaut euch die Neuigkeiten und unsere Videos an. Und Christina, zum Abschluss noch eine ganz tolle Information. Genau, unsere 20-Tage-Challenge ist ja schon im vollen Laufe. Wir haben jetzt noch 13 Tage, wollen die Welt umrunden und wir haben schon über 4000 Kilometer mit euch gemeinsam geschafft. Richtig tolles Loh an euch, sehr cool, dass ihr da so mitmacht und so engagiert seid. Und wir schaffen das! Bis zum 20.04. Wuhu! 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 Bis zum nächsten Mal.